Was ist Autospeedway ohne Tony Brenner R.A.G.? Denn beim Autospeedway fühlen wir uns glücklich und okay. Die Pokalen strahlen und am Ziel liegt das große Geld. Wer soll das bezahlen? Das macht der Tony in der ganzen Welt. Wir sind ja Klasse 1, 2, 3 und 4. Noch schneller 5, 6, 7 fahren wir. Das Renngelände dreht im Kreis herum. Wir halten uns den Atem ein, denn manchmal geht es. Ja, was kann schöner sein? Die Kurven voll hinein. Was ist Autospeedway ohne Tony Brenner R.A.G.? Denn beim Autospeedway fühlen wir uns glücklich und okay. Die Pokalen strahlen und am Ziel liegt das große Geld. Wer soll das bezahlen? Das macht der Tony in der ganzen Welt. Wir sind bereit, das Publikum ist da. Und jeder glaubt, zum Sieg ist alles klar. Zum letzten Mal wird schnell nochmal probiert. Nur eines ist noch wichtig, wer gewinnt und wer verliert. Der Sprecher sagt, okay, viel Glück mit R.A.G. Was ist Autospeedway ohne Tony Brenner R.A.G.? Denn beim Autospeedway fühlen wir uns glücklich und okay. Die Pokalen strahlen und am Ziel liegt das große Geld. Wer soll das bezahlen? Das macht der Tony in der ganzen Welt. Ja, meine Damen und Herren, Sie sind zu Gast beim R.A.G. Und da kommen Sie, die Besten, die Speedway-Matadoren. Die Pokalen strahlen und am Ziel liegt das große Geld. Wer soll das bezahlen? Das macht der Tony in der ganzen Welt. Wer soll das bezahlen? Das macht der Tony in der ganzen Welt. Man får das bezahlen. Man wird es nicht zu. Man wird es nicht zu. Man wird es nicht zu. Ich bin besser auf die Szene. Man wird es nicht zu. Vielen Dank.